Okay, wir kommen jetzt zum letzten Lied. Die Sache ist die, ich kann Herr Kübel hier leider nicht erkennen. Ich hätte ihm gern was gesagt, wenn er hier ist, falls er hier ist, hätte ich da irgendjemand gehört. Herr Kübel, dieses Lied habe ich Ihnen irgendwie zu verdanken. Sie haben mir beigebracht, wie man diese Art von Musik schreibt. Und deswegen, ja, die Musik widme ich Ihnen, den Text widme ich anderen Leuten. Beginnen wir doch gleich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018